In einer Welt, die immer schneller wird, muss man manchmal einfach einen Schritt zurückgehen und realisieren, was wirklich wichtig ist. Für mich sind das meine Freunde, seit ich die letzten acht Tage damit verbracht habe, in der Weltgeschichte herumzureisen und ein paar davon zu besuchen. Der längste Tag, den ich in einem Zug verbracht habe dafür, war glaube ich 13 Stunden und ich habe mich nur ein paar Mal über die deutsche Bahn geärgert. Insgesamt hatte ich sehr viel Spaß und es war großartig, mal ein Gesicht zu den ganzen Leuten zu bringen, mit denen ich so viel Zeit verbringe. Ich hoffe, dass auch meine Freunde viel Spaß daran hatten und mich auch gerne getroffen haben. Und für euch ist das jetzt das Zeichen, geht einfach raus, macht was ihr wollt und besucht eure Freunde mal wieder. Sie sind wichtig. Ich hoffe, dass ihr euch auch gerne getroffen habt.